Ihr möchtet wissen, wie man Aktien bzw. Unternehmen richtig analysiert und bewertet? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich werde euch zeigen, in welche Kategorien ich die Unternehmen aufteile und anhand dieser Kategorien dann auch die einzelnen Unternehmen bewerte. Damit das Ganze nicht zu lange dauert oder zu viel auf einmal ist, werde ich es in drei Videos aufteilen. Die ersten beiden Videos gehen allgemein über die Strategie und über das Vorgehen, auch anhand von Beispielen. Und das dritte Video hält dann auch Erläuterungen und genauere Details dazu. Und damit jetzt viel Spaß. Ich habe lange überlegt, wie ich eine Methode entwickle, an der man sich dann entlanghangeln kann, um diese Unternehmen zu bewerten. Ich habe das sehr lange gemacht ohne solche strikten Methoden, sondern wirklich mir Unternehmen für Unternehmen angeschaut. Aber letztendlich kam ich jetzt auf einen Workflow sozusagen, auf einen Prozess, den ich einfach durchgehen kann. Und ich habe schon mal eine erste Grundbewertung für Unternehmen. Natürlich muss man auch mal ein bisschen ins Detail schauen oder jedes Unternehmen einzeln betrachten. Aber das ganze Vorgehen, wie ich es jetzt handhabe, ist schon mal ein sehr guter Start dafür, um Unternehmen richtig zu bewerten. Der erste Schritt ist erstmal, Unternehmen in einzelne Kategorien einzuteilen und für jede Kategorie angemessene Bewertungsansätze oder Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln. Peter Lynch zum Beispiel, ein sehr bekannter Investor, hat das Ganze in sechs Kategorien eingeteilt. Also Unternehmen einmal in wachstumsschwachen Unternehmen, stetig wachsende Unternehmen, wachstumsstarke Unternehmen, Turnaround-Unternehmen, Spezialwerte und zyklische Unternehmen. So, genauso muss man da auch im Video, muss man auch in einzelne Teile aufteilen. Jetzt kommt dann natürlich erstmal der Disclaimer. Es geht zwar heute um Bewertungen, aber du sollst jetzt nicht hier bewerten. So ist besser. Genau, der Disclaimer ist alles natürlich keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung, sondern nur meine Meinung. Ich hingegen werde die Unternehmen nur in drei Kategorien einteilen. Das ist einmal Qualität, einmal Value und einmal Wachstum. Und heute werde ich auf die Kategorie Qualität eingehen und in dem nächsten Video dann Wachstum und Value weiter beleuchten. Natürlich wird auch ein Unternehmen, das in der Kategorie Qualität ist, auch meistens ein Wachstumsunternehmen sein, also wachsen. Ein Unternehmen aus dem Bereich oder aus der Kategorie Wachstum wird auch meistens eine gewisse Qualität haben. Und ohnehin werden die meisten oder eigentlich alle Unternehmen einen gewissen Value, also einen gewissen Wert haben. Das sind also immer nur Definitionssachen, wie ich diese Begriffe eben genau definiere. Herr Charlie Manger hat auch mal einen interessanten Satz gesagt. Man sucht nach falsch bewerteten Anlagen, das ist Investing. Und man muss wissen, wann diese Anlagen falsch bewertet sind, das ist Value Investing. Also man könnte nach diesem Satz auch sagen, eigentlich ist alles oder so fast alles Value Investing, weil man möchte ja immer Unternehmen oder Anlagen finden, die aktuell niedriger bewertet sind als in der Zukunft. Also wie gesagt, das ist meine Definitionssachen, wie ich dann diese drei Kategorien definiere, erfahrt ihr dann gleich. Und in Wert zu investieren, also Value Investing zu betreiben, bedeutet natürlich auch immer, in Wissen zu investieren. Deshalb abonniert gleich diesen Kanal unten und gebt mir auch noch einen Daumen hoch, damit ich weiter für euch gratis Videos machen kann. Das hilft meinem Kanal sehr weiter. Vielen Dank. Und damit geht es auch los mit der Kategorie Qualität. Ich zeige euch die anderen beiden Kategorien, also Value und Wachstum in einem zweiten Video dann hast. Und Qualität hat auch sein eigenes Video, weil das die Kategorie ist, in der die meisten Unternehmen Platz finden, die ich analysiere. Es liegt einfach daran, dass in dieser Kategorie alle Unternehmen sind, die profitabel sind. Das heißt, alle, die auch nachhaltig Gewinner wirtschaften. Und ich messe dann die Qualität anhand von 14 Merkmalen dieses Unternehmens und bewertet dann jedes einzelne Merkmal extra mit einer Schulnote einfach 1 bis 6. Das heißt, wenn dieses Unternehmen das Merkmal sehr gut erfüllt, dann bekommt es von mir eine 1 und so. Wenn es halt nur noch gut erfüllt, dann eine 2 und so weiter. Die 14 Merkmale sind aufgeteilt in drei Bereiche. Das sind einmal Marktmerkmale. Dazu gehören das Marktwachstum. Also umso stärker der Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, wächst, umso besser natürlich, weil das Unternehmen mit dem Markt mitwachsen kann, wenn es gut genug ist. Die Marktgröße ist für mich nicht so wichtig, weil auch in kleinen Märkten, die gut wachsen oder stark wachsen, natürlich Unternehmen auch stark mitwachsen kann und dadurch auch der Wert des Unternehmens. Das heißt, dass man nicht abhängig von der Marktgröße. Das zweite ist der Wettbewerb. Also umso größer in diesem Markt der Wettbewerb ist, umso schlechter natürlich. Am besten, man hat als Unternehmen natürlich eine Monopolstellung. Das wäre natürlich die perfekte Situation. Als drittes geht es um die Regulierung. Das heißt, wenn ein Markt irgendwie vom Start her reguliert ist, ist es natürlich in der Regel erst mal schlecht. Es kann sein, dass es auch mal vielleicht positiv ist, wenn die Regulierung so aussieht, dass andere Unternehmen dadurch nicht in den Markt eintreten können und das Unternehmen, das man investieren möchte, da eine sehr gute Marktstellung hat. Und wenn andere Unternehmen eben Markteintrittsbarrieren haben durch Regulierung, ist es für ein analysiertes Unternehmen erst mal natürlich gut. Aber in der Regel ist Regulierung natürlich eher schlecht. Die zweite Gruppe von Merkmalen sind dann Unternehmensmerkmale. Das ist einmal der Burggraben, also ökonomische Burggraben, also vielleicht auf Deutsch auch noch Wettbewerbsvorteil genannt. Das heißt natürlich, wenn ein Unternehmen einen gewissen Wettbewerbsvorteil hat, ist das natürlich für uns gut. Und umso größer der Wettbewerbsvorteil ist, umso höher können sie vielleicht auch Preise dann verlangen oder wie auch immer. Der zweite Punkt sind Marke, also die Markenmacht eines Unternehmens. Wenn wir jetzt Unternehmen haben wie Coca-Cola, Apple und wie sie auch alle heißen, die großen, die haben eine gewisse Markenmacht. Also wenn du als Kunde natürlich in den Laden gehst und siehst, dieses Produkt von diesem Unternehmen, du kennst es bereits, du findest es gut, das ist natürlich eine perfekte Marke dann. Das dritte sind die Produkte auch selbst natürlich. Die Produkte müssen natürlich gut sein und wenn sie Produkte verkaufen oder die Dienstleistungen, wenn es allgemeine Produkte sind, wie zum Beispiel Handys oder meinetwegen auch Möbel oder was auch immer, dann kann man natürlich einmal im Internet schauen, wie sind diese Produkte bewertet, kommen die gut bei den Kunden an und umso besser die natürlich ankommen. Umso eher werden diese natürlich auch weiterhin verkauft und umso besser für das Unternehmen. Das nächste ist dann das Geschäftsmodell, also die Skalierbarkeit vielleicht auch, könnte man sagen. Wenn ich natürlich jetzt irgendwelche Gegenstände verkaufe und ich habe Produktionskosten von 100 Euro und kann es für 200 Euro verkaufen, das ist halt nicht ganz so gut skalierbar. Also wenn ich dann natürlich doppelt so viel verkaufe, muss ich natürlich auch doppelt so viel Herstellungskosten zahlen und natürlich größere Fabriken oder wie auch immer bauen, kaufen. Wenn ich aber dann natürlich ein, sagen wir mal, ein Abo-Modell habe, das heißt ich habe eine Software, die ich einmalig herstelle und dann im Abo-Modell verkaufen kann, dann ist ja für mich erstmal egal, ob ich die jetzt zehnmal verkaufe oder eine Millionmal verkaufe. Ich habe nur einmal die Herstellungskosten, dann natürlich ein bisschen Supportkosten und ein bisschen Updates oder sowas, aber das ist alles relativ gering. Aber ich habe dann natürlich eine enorme Skalierbarkeit, das heißt ich kann die etliche Male verkaufen und der Erlös oder der Umsatz ist natürlich zum großen Teil ein Gewinn, den ich direkt verbuchen kann. Ich habe keine weiteren Kosten natürlich. Ein weiterer Punkt von den Unternehmensmerkmalen ist das Management selbst. Also ein Unternehmen, das natürlich ein super Management hat, ist natürlich auch für uns Aktionär interessanter als ein Unternehmen, das ein ja eher träges Management hat. Deswegen sollte man auch immer das Management bewerten und schauen, wie es in der Vergangenheit gearbeitet hat. Kann man natürlich auch schauen, wenn es vielleicht bei anderen Unternehmen schon war, dann dort schauen oder auch wie es schon länger beim eigenen Unternehmen ist. Kann man natürlich schauen, wie haben sie sich bisher geschlagen. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist die Gewinnverwendung. Das gehört natürlich auch ein bisschen mit zum Management dazu, aber es ist auch ganz wichtig, wie man einen Gewinn verwendet. Da habe ich schon ein eigenes Video dazu gemacht. Und das könnt ihr euch auch hier anschauen zur Gewinnverwendung. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und der letzte Punkt bei Unternehmensmerkmalen sind es die Aktionärstruktur. Also am liebsten ist es mir ein Unternehmen, das eigentlich Gründer geführt ist, weil da weiß ich, da sitzt im gleichen Boot wie ich. Gründer geführte Unternehmen sind oft so, dass die Gründer natürlich ihr Unternehmen als Baby ansehen und natürlich alles für Unternehmen machen. Im Gegensatz zu anderen Aktionären, die vielleicht nur den kurzfristigen, möglichst hohen Gewinn haben möchten. Aber ich bin eher mittel- bis langfristig orientiert. Und es sind auch größere Gewinne langfristig möglich, wenn man es schafft, dass das Unternehmen langfristig gut wächst. Das sieht man vielleicht auch am Zinseszins. Das langfristige Denken in der Regel größere Vorteile hat. Und die dritte Gruppe der wichtigen Merkmalen sind natürlich dann auch noch Finanzmerkmale. Die nehmen bei mir natürlich auch eine gewisse Rolle ein, die auch nicht unwichtig ist. Aber viele, die Aktien oder Unternehmen analysieren, die schauen nur auf die Aktienbewertung im Sinne von Finanzkennzahlen. Und manchmal vielleicht noch auf das Geschäftsmodell, aber ein sehr starker Fokus liegt bei vielen Aktionären bei Kennzahlen wie Gewinn, Wachstum und so. Ich finde es eben auch wichtig, die ganz anderen Dinge zu betrachten, die ich gerade hatte. Und bei den Finanzmerkmalen ist für mich aber auch wichtig, zum Beispiel die EBIT-Marsche oder die EBIT-A-Marsche. Also wie viel bleibt quasi vom Umsatz dann hängen eigentlich für uns Aktionäre, zumindest vor Steuern und Zinsen. Als zweites ist die Eigenkapitalrendite wichtig. Also wie hoch ist die Rendite auf das Eigenkapital des Unternehmens? Da muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten. Also wenn das Unternehmen stark verschuldet ist und ein sehr niedriges Eigenkapital hat und trotzdem Gewinn erwirtschaftet, dann geht die Eigenkapitalrendite natürlich in die Höhe. Ist aber aus Aktionärsicht jetzt natürlich nicht unbedingt perfekt, wenn das Unternehmen hoch verschuldet ist. Die dritte wichtige Kennzahl ist natürlich die finanzielle Situation dann eben. Ob sie eben hoch verschuldet ist, das Unternehmen nicht. Also wie ist die Fremdkapitalkote, wie ist der Zinsdeckungsgrad, wann müssen auch Zinsen zurückgezahlt werden. Also ist das gut aufgeteilt oder müssen sämtliche Finanzverbindlichkeiten nächstes Jahr vielleicht schon zurückgezahlt werden. Und so ein Unternehmen kann sich das gar nicht leisten. Wie hoch sind die Zinsen selbst? Also das sind einige Punkte, die man dann betrachten kann. Und als letzten Punkt hier noch bei Finanzmerkmalen ist der Free Cash Flow. Ja, dass man ein bisschen weg vom Nettogewinn kommt hin zur Cashflow-Rechnung. Der Free Cash Flow sagt uns eben, wie viel bleibt eigentlich übrig vom operativen Geschäft, was dann an Dividende oder Aktienrückkäufen oder was auch immer dann ausgeschüttet werden kann. Und damit das Ganze ein bisschen anschaulicher wird, betrachten wir auch nebenher gleich immer ein Beispiel. Wir nehmen jetzt die 14 Merkmale und vergeben den Noten. Also wir analysieren ein Unternehmen, ein deutsches, und sagen, diese Noten hier bekommt das Unternehmen. Bilden dann anschließend die Durchschnittsnote. Das heißt, wir addieren die ganzen einzelnen Noten und teilen es dann durch die Anzahl der Merkmale, also geteilt durch 14. und kommen dann eben bei 28 geteilt durch 14 auf 2,0 in diesem Beispiel. Das heißt, wir bewerten jetzt mit einer Durchschnittsnote von 2,0 dieses fiktive Unternehmen. Werte die Durchschnittsnote schlechter als 3,5, würde ich sagen, ich schmeiße das Unternehmen gleich weg und betrachte es nicht weiter, weil dann ist mir die Qualität einfach zu schlecht und ich möchte nicht in dieses Unternehmen investieren. Ist sie hingegen besser als 3,5, also auch wie in diesem Beispiel. Dann gehe ich weiter und sage, okay, welchen Renditeaufschlag möchte ich dann für dieses Unternehmen. Also im Vergleich natürlich immer zum relativ sicheren Zins, also zum Zins der 10-jährigen Bundesanleihen oder Staatsanleihen in dem Fall. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Und je besser die Qualität natürlich des Unternehmens ist, desto niedriger muss der Renditeaufschlag sein. Diesen Renditeaufschlag berechnen wir dann anhand der Formel 0,9 mal diese Durchschnittsnote, also in unserem Fall 2,0, das Ganze zum Quadrat und plus 1,19. Und dieses Ergebnis teilen wir jetzt noch geteilt durch 100. Wie ich auf diese Formel komme, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, aber zum Anwenden muss man ja nur einsetzen, mehr nicht. Wie ich darauf komme, erkläre ich auch dann im dritten Video dieser Miniserie. In unserem Beispiel erhalten wir dann also 4,43%. Das ist jetzt dieser Renditeaufschlag, den ich auf die Aktie haben möchte im Vergleich zur Staatsanleihe. Addieren wir jetzt also noch den risikolosen Zins, mindestens jedoch 1%, erhalten wir die Rendite, die wir für die Aktie haben möchten. In unserem Fall, das ist ja ein deutsches Unternehmen, das heißt wir schauen auch nach dem Zins der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe. Der ist aktuell bei etwa, ich glaube 0%. Das heißt, wir nehmen dann dieses Maximum 1%, da wir immer mindestens 1% haben möchten. Also nie drunter. Warum? Das erkläre ich auch im dritten Video dieser Miniserie. Und dann haben wir 4,43% plus dieses 1% und erhalten 5,43% für unsere geforderte Rendite auf diese Aktie. Und wandeln wir das Ganze jetzt noch in den KGV, also 1 geteilt durch diese 5,43%, erhalten wir einen KGV von 18,4%. Und dieses KGV nennt es Qualitäts-KGV. Also dieses Unternehmen hat eine Qualität, so gut, dass wir ein KGV von 18,4% bezahlen würden, wie zum Beispiel fair halten würden. Noch gar nicht eingeflossen ist das Wachstum. Das Wachstum hat natürlich einen enormen Einfluss auf die zukünftige Wertsteigerung des Unternehmens. Das hängt natürlich mit dem Zinseszinseffekt zusammen. Da habe ich auch letztes Mal ein Video dazu gedreht. Schaut euch das an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und das Wachstum lassen wir so einfließen, dass wir sagen, wir nehmen das Qualitäts-KGV, was wir gerade bestimmt haben, und nehmen das mal 1 plus das jährliche Gewinnwachstum des Unternehmens, oder das erwartete zukünftige Gewinnwachstum des Unternehmens, das Ganze hoch 4 und minus 0,3108. Wie ich auf die Formel wiederkomme, verweise auf das dritte Video dieser Miniserie. Somit erhalten wir jetzt das Fair-KGV nach Zeit. Ich nenne es jetzt nicht so, um eingebildet zu klingen. Ich nenne es eher deshalb so, damit ich deutlich machen möchte, es gibt nicht das eine Fair-KGV, das man nach einer Methode bestimmen kann, sondern es ist lediglich die Methode, die ich verwende, um das Fair-KGV zu bestimmen, und anhand der ich dann Unternehmen besser oder einfacher bewerten möchte. In unserem Beispiel nehmen wir eine jährliche Gewinnsteigerung von 10% an in den nächsten Jahren und setzen es dann in diese Formel ein und erhalten dann somit ein Fair-KGV von 21,2. Das heißt, wenn wir vergleichen es mit dem KGV des Unternehmens, dann nehmen wir jetzt aber nicht einfach irgendwie das KGV auf irgendeiner Finanzseite, sondern nehmen ein vernünftiges KGV, da habe ich auch schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, und vergleichen es die beiden, ist es aktuell günstiger bewertet, als das Fair-KGV, was wir ermittelt haben, also das aktuelle KGV, oder zum Beispiel 15, und wir haben jetzt aber 21,2 als faires KGV bewertet, dann können wir sagen, okay, das Unternehmen ist unterbewertet, und wir investieren. Umso größer diese Differenz ist, also umso niedriger das Unternehmen aktuell am Markt bewertet ist, im Vergleich zu unserem Fair-KGV, umso mehr oder so eher investiere ich dann natürlich auch in dieses Unternehmen. Das Ganze soll jetzt aber nicht so als Gott gegeben dargestellt werden, also man muss natürlich auch ein bisschen rational und vernünftig bleiben. Wenn wir zum Beispiel sehen, das Unternehmen hat nur gute Qualitätsnoten von uns bekommen, aber die finanzielle Situation des Unternehmens ist eigentlich sehr, sehr schlecht, und wir müssen Angst haben, dass es nächstes Jahr pleite geht, dann ist vielleicht nur diese eine Merkmalsnote zur finanziellen Situation schlecht, und wir sollten vielleicht trotzdem nicht investieren, auch wenn das Qualitäts-KGV eigentlich relativ gut ist, weil wir natürlich mit diesem Modell immer nur versuchen, das aktuelle Unternehmen abzubilden, aber in gewissen Situationen funktioniert natürlich das Modell nicht mehr. Also man muss immer Augen offen behalten und immer auch darüber nachdenken über seine Investmententscheidungen. Das ist nur ein Leitfaden und eine Hilfe, dieses Modell, und natürlich nicht das einzig wahre und immer richtige. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Im ersten Schritt bewerten wir das Unternehmen anhand von diesen 14 Merkmalen und geben jeweils in eine Schulnote von 1 bis 6. Im zweiten Schritt berechnen wir dann die Durchschnittsnote, das heißt, wir addieren alle Noten und teilen sie durch die Anzahl, also geteilt durch 14. Und im dritten Schritt berechnen wir das Qualitäts-KGV anhand dieser Formel. Und im vierten und letzten Schritt nehmen wir dann das Qualitäts-KGV nochmal diesen Ausdruck und erhalten dann das faire KGV nach Seite. Und dieses faire KGV können wir dann vergleichen mit dem aktuellen KGV des Unternehmens. Und wenn das faire KGV höher liegt als das aktuelle KGV, können wir sagen, das Unternehmen sehr unerbewertet und dann eventuell kaufen, wenn sonst nichts dagegen spricht. Und wenn das faire KGV eher unterhalb des aktuellen KGV liegt, dann werden wir vielleicht eher nicht kaufen. In Zukunft werdet ihr natürlich dann auch von mir sehr viele Aktienanalysen sehen, in denen ich dann diese Methode anwende. Da habt ihr dann auch mehr Praxisbeispiele und seht, wie das wirklich funktioniert. Und im nächsten Video geht es aber erst mal natürlich dann um die beiden anderen Kategorien, Wachstum und Value. Und falls ihr Fragen jetzt zu diesem Video habt, also nochmal zu dem Vorgehen bei der Kategorie Qualität, stellt die Fragen einfach unten in den Kommentaren. Ich werde dann, wenn es kleinere Fragen ist, direkt dort drauf eingehen. Und vielleicht bei größeren und wichtigeren Fragen kann ich auch im dritten Video auch nochmal genau drauf eingehen. Vergesst aber auch nicht, mir einen Daumen hoch dann dazulassen für das Video. Und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.